Topfgucker TV empfiehlt. Hallo und herzlich willkommen hier wieder in der ältesten produzierenden Ölmühle in Deutschland. Mein Name ist Christine Lehmann und ich freue mich, dass ich Ihnen heute was über unser Kokosöl erzählen darf. Unsere Kokosraspeln kommen von einem biozertifizierten Anbau in Sri Lanka. Das Besondere ist, dass unsere Kokosraspeln nicht gewaschen und nicht gebleicht sind, werden also erntefrisch hier bei uns verarbeitet. Über eine kleine Presse pressen wir unsere Kokosöl in Rohkostqualität. Das heißt unter 30 Grad wird hier unser Kokosöl hergestellt. Unser Kokosöl ist besonders streichfähig und hat eine kristalline Struktur. Dies weist darauf hin, dass das Kokosöl lange Zeit hatte zum Aushärten. Kokosöl eignet sich besonders gut zum Kochen, Braten und Backen, da es einen hohen Rauchpunkt hat. Auch für die Haarpflege und für die Gesichtspflege oder Körperpflege ist es bestens geeignet. Unser Kokosöl enthält besonders viel Laurin- und Kaprinsäure, was wir auch untersucht haben. Die Wirkung der Laurin- und Kaprinsäure lesen Sie am besten im Internet nach. Unsere Kunden sind sehr zufrieden. Die gesamte Produktpalette von Kokosraspel über Kokosöl bis hin zum Kokosmehl finden Sie natürlich bei uns im Mühlenladen oder bei ausgewählten Händlern unseres Vertrauens.